Karl Marx wurde 1813 in Trier als Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts geboren. Nach dem Studium arbeitete er als Journalist der Rheinischen Zeitung und blieb auch nach deren Verbot publizistisch und politisch tätig. Mit seinem Freund und Mitstreiter, dem Unternehmer Friedrich Engels, verfasste er 1848 in Brüssel das Kommunistische Manifest, eine der meistgelesensten Schriften seiner Zeit. Marx' Ziel war die Entstehung einer gerechten Gesellschaft. Er wollte eine Veränderung der Welt vorantreiben und sie nicht nur interpretieren, wie es in der Philosophie üblich ist. Dies käme einer Billigung des gesellschaftlichen Unrechts gleich. In seinem Materialismus stand Marx dem Idealismus Hegels entgegen, von dem er aber die Dialektik als Denkweise übernahm. Marx' philosophische Herleitungen prägten die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts bedeutend mit. Paradoxerweise wurde seine ideologiekritische und atheistische Lehre in vielen Diktaturen als quasi-religiöses Dogma missbraucht. Nach Marx bestimmt die materielle Kultur des Menschen, insbesondere die sich ständig weiterentwickelnde Technik, die Gesellschaft. Sie ist auf den waagerechten Elementen in unserem Modell dargestellt. Zu ihr gehören die Produktivkräfte vom Faustfeil bis zum Computer und die Produktionsverhältnisse, die schematisch dargestellt sind. Die Dreiecke stehen für Produktionsmittel, die als Eigentum allen, mehreren oder einzelnen Personen gehören. Dies wird durch einen Kreis verdeutlicht. Die Vierecke geben territoriale Bezüge an, die absteigenden Linien Herrschaftsbeziehung. Die senkrechten Elemente in unserem Modell verdeutlichen den gesellschaftlichen Überbau durch religiöse bzw. ideologische Symbole sowie die jeweilige Architektur und die Menschengruppen. Die dialektische Entwicklung beginnt bei der anorganischen Materie und führt über das Pflanzenreich und das Tierreich zur menschlichen Gesellschaft. In der Urgesellschaft gab es Marx zufolge keine Klassensysteme. Sie kannte nur gemeinsames Eigentum. In den Großreichen des vorderen Orients und in der antiken Gesellschaft entstanden das Privateigentum und die Sklaverei. In den Städten der darauf folgenden Feudalgesellschaft entwickelte sich der Kapitalismus. Nach Marx setzten sich unter den bürgerlichen und kapitalistischen Verhältnissen die Ausbeutungsprozesse unter der Oberfläche fort. Deshalb drängt diese letzte Gesellschaftsform laut Marx ihre Aufhebung durch die kommunistische Gesellschaft. Die Herrschaft des Proletariats in einer klassenlosen Gesellschaft konnte Marx sich nur weltweit vorstellen. Diese Lebensweise trägt fast paradiesische Züge. Arbeit entwickelt sich zur freien Lebensäußerung. Empfremdung aller Art ist aufgehoben.